Ich hab schon wieder nicht geschlafen, oh oh oh, ist schon wieder nacht, warum ist jemand nacht, ich weiß nicht, ich glaub das geht gar nicht mehr rum, okay da ist immer nur der Geist, wer die vorigen Folgen nicht gesehen hat, wir sind da irgendwie die Kanalisation entbrochen, weil ich relativ viele Likes auf zwei Folgen geschafft habe, wie gesagt der Rechtshorn bei mir alles auschecken, wer es nicht gesehen hat, die Kanalisation war richtig pure Horror, ich bin aber nachher noch weggerannt, ein Teil auch großer Franzl, Franzl, okay da ist der, okay das ist der Alarm, Okay, da ist immer noch die Kleinmachmaschine, oh oh, hab ich ihn gehört, hallo großer Franzl, irgendwer, Baby Franzl, wo, was hab ich da gehört, Anvil, was ist das, warte mal ist das Dings, ich komm doch gar nicht vorbei, hallo, großer Franzl, oh ja schon wieder nacht, warum ist der jedes Volk, warum her, kannst du nicht so Anvil, oh, hallo, oh, warte, oder was, komisch, ja, hallo, ja, hallo, hallo, ja, wie geht's denn, den, den, den Haus, oh, essen, ja, ähm, ich will jetzt nicht wissen, von was das war, oh, scheinbar muss ich es essen, ich hab Hunger, ähm, das beachten einfach nicht, okay, ähm, so, ist irgendwer da, ich glaub, es ist eigentlich gar keiner da im Haus, Ich glaub, ich schau einfach mal irgendwie zum Bankkonto-Typen rüber oder so, oder Vermieter, ja, Typ, oh, was ist das, äh, warte mal, verbreitet sie, oder wird so wirklich ein Ries, warte mal, das hat sich verbreitet, warte mal, geht das nachher da ein, warte mal, verbreitet sie das, ich glaub schon, oder, das ist noch eine kleine Station, das sollte irgendwie zumachen, oder so, egal, äh, Äh, vorher ist es jetzt einmal wurscht, irgendwie, da so eine Box, und da, aber, das haben wir noch gar nicht wirklich angeschaut, eine Flugstunde, Spende bitte, Hallo, hallo, Detlef, wo ist Detlef? Unten, oh nein, bist du wieder unten? Hä, Detlef, neues Haus. Detlef, das ist kein Haus, das ist eine Katalisation, das ist ein böser Mann zu drinnen. Trink Wasser. Trink, Det, Det, Detlef, das ist kein, Niemand sagen, aber Detlef hat rein gemacht, in Wasser. Ah, Trinkhaus, ja, ist, äh, kein Klug gefunden, das ist eigentlich ein Haus, das ist gar, gar, aber, okay. Ähm, okay, Detlef, ähm, ja, Detlef ist klein, oder, ich weiß selber nicht mehr, wo es da alles eigentlich vorgeht. Ähm, so, da war einer irgendwie, okay, das ist zu, das ist nur ein Schäuter da, oder? Kann man, kann ich scheitern, kann ich mir mitnehmen, kann ich irgendwie mal auch dran, oder, warte mal, ich geh mal zum, Dings da, oder, ich geh mal zum, Dings, zum, genau, da, da war der Friedhofverfolger folgen. Ähm, na, warte mal, der, der Friedhof war von zwei Folgen, wenn ich sehen kann, rechts oben mir, äh, ja, hallo, ähm, hast du mein Klo, hallo, ähm, hast du mein Klo, ähm, hast du mein Klo, ähm, ja, Klo. Walla, Digga, du darfst nicht, oh, ich geh schlafen. Walla, Digga. Okay, äh, Bits, oh, oh, ich bin, Walla, Digga, Alter, du sollst, oh, boah, ein bisschen, weil ich hab, ja, alles gut. Du sollst rausgehen, du kommst an und schläfst einfach, walla, Digga, was ist das so hart, als du, was fürörper, abtChe, tut man das nicht, bei dir. Oh, jetzt, das ist mein Gehütz, und mein energydrink. Für dies was alles, yo, jo, jo, für dies was alles, andere, okay, 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 ich geb das wieder, ich geb das wieder, ich gib das wieder. Ja, Leute, gib mir alles wieder, Walla, Digga, gib mir alles wieder, Walla, Digga, gib mir alles wieder, Walla, alles gut, alles gut, meh, ja, alles gut, all, ja, alles gut, alles gut, alles gut, oglola, digga, Alter, ich nehm dir die Ehre, por downs, deine Gehübedично. Hallo, bei dirwürdigkeit, Walla, Digga, hallo, Geist, ähm. Wala, Digga, was bist du für ein Ding? Wella, Digga, was ist das ich schlagen die geist okay 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 der gäste oder von mir auch von schießen und was selber nicht warum ist da riesig was nicht ich bleibe da ganz hängig hier schauen wir was da oben ist schau mal ob das irgendwie bei meinem haus drin ist ist da irgendwo ries war der meister ist da draußen immer ries na das heißt ich glaube das ist irgendwie fort mit irgendwie die ganzen riesen so okay irgendwelche nie warte mal sind meine chester also niemand da habe ich noch irgendwie viel geld gehabt oder alles gut alles gut alles gut was soll ich machen soll ich schlafen gehen warte mal kann ich überhaupt da eine warte mal okay ich glaube ich sollte das nicht machen was ist das portal was ist das karte oben ich glaube ich bin fast drin gewesen jetzt ja warte aber jetzt kommen irgendwie oben und kommt immer weiter aber ich komme jetzt stecke jetzt hallo mal hat die karte ja alles gut was ist das geld von mir war die karte das vergeht auch tschüss 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 ich glaube ich glaube davon das geht auch wieder ins ding oh ich glaube ich sollte nicht weg und mein einziger weg oh mein licht wird den klaren das ding ist glaube ich kann ja nicht eine ohne nicht schon wieder da schnell ausse 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 alle kommen schon wieder er kommt schon wieder er kommt schon wieder schnell ausse 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 aus mit das klub kommt auch kommt da vielleicht gleich um weg wahrscheinlich okay ja 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 das ist ja ja bedrock ist gut okay danke dafür bb franzl für die rettung okay riech ich weiß es nicht er habe ich auch schon bedacht geht zu unserem haus aber da endet es selber nicht ich gehe mal mit so einem bankkonto typen rüber komm mal vielleicht ist er heute da ich weiß nicht er war schon länger nicht drüben okay ähm ich glaube der ist wieder eingegangen ich glaube es ist auch richtig kalt irgendwie keine ahnung könnt ihr mir in die kommentare schreiben ob bei euch gerade irgendwie kalt draußen ist über kommentar würde ich mich immer freuen dann antworte ich vielleicht äh ob ich jetzt franzler mein mutti der bulli gefällt mir nicht ok schnell versticken 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 und du musst denn die ansehen nein nein mutti ich kauf meine älteren kleider ich hab den aber mit so viel lieb und tricola gemacht mutti der ist aber rosa ich hab gesagt ich will dass du den ansiehst rosa poli ist nicht gut aber mutti mir ich hab meinem papa auch schon einen gemacht ja schau da papa hat nicht gut aus und der zinsatz ist zu hoch nein der zinsatz ist genau richtig wir haben sogar einen ziemlich hohen prozentanteil an baumwolle an baumwolle an baumwolle ach ja dann hast du es gut mutti ich muss auflegen ich muss doch ein paar obflexperimente machen hast du deine mutter ein von ich lieb experimente mutti ich hab dich lieb aber ich muss noch dann machst du noch ein bild mit dem pullover von dir ein bild mit dem ok so das hab ich dir gesendet aber weh du brauchst du das auf facebook ich kann nicht auf facebook gucken ich werde jetzt ein paar bilder von dir als baby veröffentlicht doch doch das werde ich nicht mutti ich muss jetzt aufwägen ich hab noch einen damit mit satan mein satan warte geht der hin der sieht mich sicher nicht der ist so dumm dumm ist da ok mach dich wieder zu ok ich glaub du ist da reingegangen oder da ist er ok wo hab ich denn jetzt die karte die karte oh nein ich glaub die hat die falsche karte die richtige karte es gibt 5 karten glaube ich oder oh nein ich hab die karte auch vergessen warte mal ist er wieder gegangen glaube ich zuhause vergessen sagt er ok was nicht gibt es wahrscheinlich verschiedene stufen oder sowas karte die falsche karte was nicht geht es irgendwie auf kommt irgendwie eine so ähm na Eisentür nur ich mach sie mal hinter mir zu man glaub der muss einfach die karten da reinstecken glaub der ist so blöd einfach dafür oh oh die karten oh die tier ist aufganger ok äh oh großer Franzl was machst du äh großer Franzl Franzl wenns nicht funktioniert die karte einfach den stecker ziehen das klappt immer den stecker ziehen ok ok versteck mich da kurz jetzt einmal so das die du schon nicht behalten dann bist du ja mein großer pup dein Zins hat zwar nicht groß genug ok jetzt sinds er zwar nicht groß genug ok da steht er ok 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 ja ja Ich red dich schon! Ich muss sich leider deinen Stecker ziehen Ok ok, Stecker ziehen! Oh no, oh no! Der Prozess ist initialisiert! Initialisiert, warte mal Mach irgendwas! Oh! Oh, großer Fratz! Oh, das ist gut! Oh! Was ist... Oh! Was ist... Großer Fratz! Oh, was wird da passiert? Oh, oh! Was passiert? Dein neuer Körper ist... Der Körper ist bereit, komm raus mein kleiner Kerl, du willst ganz viele Zinsätze erhöhen und Bankkommnen reiten, wir werden bald die ganze Welt lettisch machen, Lettland. Die ganze Welt lettisch, komm mit mein Grosser. Die werden sehr viel werden, komm mit, dann stelle ich dich meiner Mutter vor. Wo gehen sie hin? Der Beste hat geklappt, dann werde ich erst bald mit ihnen. Wo ist der andere Pfanzler als sie? Da von rein, okay. Dann werden wir deine zwei Brüder auch zu einem besseren Leben verhelfen. Den erheben, mit einem Zinssatz von 5%. Zinssatz von 5%, okay. Steige in den Zug. Okay, wir gehen jetzt rüber. Oh, ein Zug? Okay, ich glaube, ich gehe jetzt einmal, ein Kinderfleisch muss ich essen. Ah, das mag ich nicht. Okay, da Block, keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe jetzt einmal schlafen. Ich weiß nicht, hoffentlich ist die nächste Folge nicht mehr so, dass irgendwie alles, ich weiß es nicht. So, jetzt gehe ich mal irgendwie wieder heim. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die Mieten habe ich auch schon lange nicht mehr zahlt eigentlich. Ich weiß nicht, was mein Favoriter ist. Der hat ja gesagt, der reißt alle meine Möbel noch oder so. Ähm, und ist das da? Oh nein, DJ Bobo. Ich bin DJ Bobo. DJ Bobo. Ja, DJ Bobo. Vorsicht wieder. DJ Bobo wohnt jetzt hier. Ah, DJ Bobo, wo wohnst du denn? DJ Bobo, wo wohnst du? DJ Bobo wohnt hier. DJ Bobo hat das Haus gekauft. Ich bin DJ Bobo und ihr neuer Vermieter. Oh, okay. DJ Bobo, ähm. Ich bin DJ Bobo. Du musst mir Mieten zahlen. Everybody, somebody that will win. Okay, da ist er Mieten. Mieten für, äh, die nächsten 5 Wochen. Ich bin DJ Bobo und das reicht nicht. Okay, okay, tschüss. Ähm. Oh, wieso? Ha, ha, ha. Detlef. Detlef. Detlef ist es nicht Weihnachten. Es ist Halloween. Detlef, was musst du? Weihnachten. Detlef, ich glaube ich muss. Warte mal. Weihnachten. Okay, Detlef. Feierweihnachten, okay. Warte mal. Detlef ist wieder groß. Detlef? Detlef, wieder groß. Okay, Detlef. Was ist passiert? Detlef, Schule bestanden. Schule bestanden. Okay, äh. Rose. Schule bestanden. Okay. Ja, super Rosen-Dings. Okay. Ähm. Was ist Detlef? Der Geistmannst? Okay. Ähm. Was? Er redet. Er redet? Ich soll ihn umbringen? Nein. Detlef freut. Detlef macht nicht. Ah, ja. Detlef freut. Ich weiß nicht, ob das immer noch da ist. Glaubst du das immer noch? Doch, das ist immer noch da. Okay. Ähm. Ich geh jetzt erstmal schlafen. Ähm. Ich weiß nicht. Hoffentlich die nächste Folge nicht mehr. Und äh. Ah. Ah. Und Detlef hat schon wieder hingemacht. Ah. Ja. Ähm. Wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da. Ich glaube, ich geh jetzt wieder schlafen. Und aktiviert die Glocke und schreibt dann Kontakt. Ja. DJ Bobo. Ich geh schlafen. Ah. 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 Ah.